Leute, was geht ab? Heute mit einer weiteren Podcast-Folge mit mir und Max. Ihr wisst Bescheid. Sit last, was geht? Was geht ab? Hey, eine Sache will ich wissen. Fang direkt an. Was wolltest du werden, als du klein warst? Ein kleiner Junge. Wir teilen das jetzt, so diese Zukunftsträume, in Kategorien ein. Okay, in drei Kategorien. Wir fangen an. Kleiner Junge, also sagen wir mal so von fünf bis acht. Ja. Neun, sowas. Dann so zehn bis vierzehn. Und dann, wenn du schon so heranwachsend bist, also schon so ein bisschen 17, 18, 19. Okay, ab wie viele Jahre soll ich anfangen? Wir fangen erst Stufe eins an. Was wolltest du werden, als du ein kleiner Bub warst? Ein kleiner Typ. Als ich ganz klein war, kann ich mich schon noch ganz gut erinnern, wollte ich Tierarzt werden. Tierarzt? Ja, Mann. Wieso? Ja, weil ich einfach Tiere liebe. Oh, wie süß. Ja, Mann. Ich hab immer damals, wo ich jung war, hab ich nicht weit, war ich mal unterwegs und dann war ich auf den Bürgel oder in Rumpenheim. Dann gibt's ja so einen See. Dann hab ich immer Frösche gefangen oder Tauben gefangen und hin und her. Und deswegen war ich immer so auf diese Tiere fixiert. Alter, wie süß. Ja, Mann. Die weiche Zuckerseite vom Sid. Geil. Ja. Und bei dir? Kämpfer. Schon immer seit Kind. Ja. Ich hab, guck mal, die haben auf mich nie aufgepasst, so meine Eltern. Ich war immer alleine zu Hause. Wenn ich zum Beispiel bei meinem Vater war, bei meinem Onkel oder so, ich hab immer Fernsehen geguckt. Und einer, der immer präsent war, seit ich ein kleiner Junge war, war Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme war immer da. Alle Filme. Ich hab die Filme immer geguckt. Und kennst du's, wenn du so ein kleiner Junge bist, du machst so... Du kämpfst einfach so gegen welche Schattenleute. Deine Geschichten spielst du einfach nach. Aber ich glaub, der war schon ein krasses Vorbild auf jeden Fall. Van Damme. Immer noch. Brutal. Also ich guck mir immer noch seine Filme an ohne Ende. Was wolltest du werden, als du dann ein kleiner Junge warst? Ganz kleiner Junge? Nee, ganz... Du warst Tierarzt und dann so zehn. Das ändert sich ja auch immer. Tierarzt, dann wollte ich unbedingt so Kampfsportler werden. Auch diese Karate-Filme. Karate-Tiger. Bruce Lee hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Lieber Bruce Lee oder Van Damme? Boah. Das ist eine krasse Frage. Da gibt's krasse Filme von Bruce Lee, du weißt selber. Da, wo du diesen gelben Anzug an hast. Da, wo er gegen Jack Norris kämpft, den Film. Den hab ich krank gefeiert. Tigerkralle. Tigerkralle. Mit der Katze da. Diese ganzen Slow-Motion-Szenen mit der Katze, die dir so läuft. Das sind alles abgef***te Szenen, die mich voll so fasziniert gemacht haben, dass ich unbedingt so sein wollte wie er. Aber Van Damme war auf jeden Fall an der ersten Stelle. Weil, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war mein erster Judo-Kampf, den ich hatte. Da hab ich einen Tag vorher mir den Film so reingezogen, dass ich so keine Angst mehr hab vor meinem Gegner für den nächsten Tag. Was wenige Leute wissen, das hab ich schon nie gesagt, Thompou ist mein Nachbar. Was? Ja, Thompou wollte genau ein Haus nehmen in Marokko. In Marokko? Ja. Ich hab auch letztens die Story gehört, die sind ja richtige Freunde. Ja, ja, richtige Freunde. Van Damme hat ihn ja reingebracht. Die haben einen Gegner gesucht für Van Damme. Richtig. Die Rolle des Thompou. Und der sieht ja richtig asiatisch aus. Der ist ja ein Thailänder in dem Film. Thailox ist ein Thailänder. Aber er ist ja eigentlich Marokkaner. Der ist Marokkaner. Das ist krass. Die sind aus Tanja, glaub ich, aber haben noch ein Haus, da wo ich herkomme. Krass, krass, krass. Aber hast du mit dem gebabbelt schon mal? Ja, Digga, ich bin fast unmächtig geworden. Das war so, ich wollte meine Eltern überraschen, indem ich nach Marokko geflogen bin, aber hab vergessen, wo wir leben. Da hab ich in der Hauptstraße, wo der Strand ist, hab ich einfach gechillt mit meinem Koffer. Und irgendwann mal sehe ich jemanden vorbeijoggen mit so Essex und Short. Und man sieht, ich sag diesem Typ, der da den Kaffee hatte, der sagt, ey Bruder, der sieht aus wie dieser Typ von John-Claude Van Damme. Der sagt, ja, das ist Thompou. Oh, hart, Alter, Mann. Brutal. Ja, und dann, erzähl weiter, was war dann so? War das jetzt nur Kampfsport oder wolltest du auch mal Feuerwehrmann werden als Kind? Ganz ehrlich, klar, kämpfen. Ich wollte immer so ein Kämpfer sein oder als Kämpfer betitelt werden. Aber, klar, ich wollte auch mal Architekt werden. Ingenieur. Wenn ich ganz klein war, fand ich auch, Astronaut war auf jeden Fall ein Thema. Nicht nur dieser Klassiker, sondern bis heute ist es ja eins, wenn nicht das größte Thema auch für mich, Kosmos. Okay. Ja, ich war schon immer so offen, aber man muss natürlich auch sagen, du weißt ja nicht, wohin. Es ist dann immer so, ah, du weißt nicht, Kampfsport hat dich begleitet. Deswegen war Kampfsport auch immer so ein Thema. Auch in meiner Abi-Zeitung nach Abitur, was willst du nach dem Abitur machen, steht ganz klar drin, ey, erst mal kämpfen. Boom. Ich wollte nicht Profi werden, aber einfach erst mal kämpfen. Und dann fing ja die Rotlichtzeit an, ähnlich wie bei dir. Und dann willst du erst mal ein harter Typ werden. Also ich, so 17, 18, 19, du willst einfach nur Respekt. Das ist es wirklich. Respekt im Viertel. Das war auch wirklich auch, warum ich mit Kampfsport angefangen habe. Es war dieses Respekt bekommen. Das war das an der ersten Stelle. Für manchen, die sagen heute Tag, ja, ich wollte Kampfsport machen, damit ich meine Aggression abbaue. Das war gar nicht bei mir so einfach dieser Respekt. Ich schlage es auch dran, wo ich aufgewachsen bin, Brennpunkt, alles drum und dran. Vielleicht ist es halt von der Jugend mitgenommen worden. Ja, du musst dich ja durchsetzen. Kampfsport ist halt die Möglichkeit, auf der Matte schon mal auch all deinen Jungs zu zeigen, ey, der kann kämpfen. Also man muss sich nicht draußen prügeln. Wenn du mit dem Randuri gemacht hast, also auf der Matte gekämpft hast und du besiegst ihn, dann denkt er sich, okay, wir müssen jetzt auch nicht rausgehen. Der hat mich auf der Matte platt gemacht. Dann müssen wir das jetzt nicht auf der Straße noch mal testen. Wie war das mit der Kamera? Hast du schon mal immer vorgehabt, so Schauspieler zu werden oder mal irgendwie dir vorgestellt, dass du mal vor der Kamera bist? Ist nicht ein Traum von jedem, mal vor einer Kamera zu stehen irgendwie? Ich fand, um ehrlich zu sein, auch in meiner wilden Pubertätsphase, hab ich mir gedacht, ich glaube, ich war so zwölf, ich hab mir gedacht, ey, eigentlich der Beruf eines Pornodarstellers ist der krasseste Beruf, den es gibt. Krass. Wundert es dich? Du nicht? Guck mal, du hast, klar, ich meine, okay, als Zwölfjähriger denkst du nicht so weit, das sehen andere Menschen, das sehen vielleicht deine Eltern, dies, das. Gerade wenn du zwölf, dreizehn bist, du bist in der Pubertät, du bist extrem aktiv, denkst du dir halt einfach nur, ey, wenn du mal die Option hast, eine schöne Frau kennenzulernen, mit einer schönen Frau intim zu werden und das auch noch dein Job sein könnte, du wirst dafür bezahlt, es gibt doch nichts Besseres auf der Welt. Krass. Ja. Das ist krass, auf jeden Fall. Wie viele Jahre war das ungefähr? Ich sag ja so, zwölf, dreizehn, irgendwann wirst du ja auch älter und dann denkst du dir halt auch so, okay, es ist schon noch ein bisschen komplexer und komplizierter, wenn du sowas machst. Hast du dir wirklich vorgestellt, dieses Schnitt, okay, halt still? Ja, ich wusste ja nicht, dass es ist. Ich dachte so, du wirst halt gefilmt, während du mit einer wunderschönen Frau irgendwas machst. Wolltest du nie Darsteller werden? Vier Pornfilme? Ja. Du hast ja Potenzial mitgebracht. Ja, aber bei mir wäre der, wenn es soweit wäre, wären die Filme, glaube ich, ab 21. Und die hätten immer den gleichen Titenname. Die Psychokonda. Black Mamba 13. Die hätten einfach gar nicht mehr aufgehört. Die hätten sogar Rambo-Filme sogar getoppt, von Detail her. Nee, aber so, ich weiß nicht, Alter, ich war auch nicht jemand, der so gerne so D-Pics verschickt hätte. Nein, das ist ja sowieso nicht. Auch an alle da draußen. Schickt nichts Intimes rum. Auf gar keinen Fall. Keine Intim-Sachen von euch filmen lassen. Das sollte auch intim bleiben. Nicht raus, denn es kann irgendwann mal landen und das Internet vergisst nie. Okay. Wenn wir jetzt schon bei Filmen sind, krasseste Gangster-Filme. Krasseste Gangster-Filme? Ja. Boah, habe ich schon mehrere im Schirm. Ihr könnt euch jeden einzelnen Film, über den wir gleich sprechen werden, auch mal notieren, ihr da draußen. Ja. Weil das sind alles krasse Filme. Die haben uns geprägt. Die haben uns teilweise dazu motiviert, so zu werden, wie wir sind. Ja. Motiviert dann dazu, dass du auch aus deinem Leben so eine krasse Story machen willst. Das ist ja das Geile an den Filmen. Ja. Und ein guter Film, eine gute Story. 100%. Gangster-Film war für mich New Jack City. Okay, also richtig oldschool. Ja, Nino Brown, krasser Film. Nino Brown? Ja, so hieß der Schauspieler. Westlap Snipes. Westlap Snipes. Wie hieß der? Westlap Snipes. Du weißt, wie du schweigst. Ich bin zu weit weg für Check. Wie heißt der? Westlap Snipes. Westlap Snipes. Genau. Snipes. Snipes. Der Blood In, Blood Out. Okay, Blood In, Blood Out, Legende. Krasser Film. Warte. Dann gibt es den Filmschwerchen, ob du dir bekannt bist, Die Straßen von Harlem. Kenn ich nicht. Krasser Film. Echt? Sehr krasser Film. Hat auch viel was mit Freundschaft zu tun, Loyalität und auch so. Also zusammen aufbauen Filme. Ich bin nicht so krasser Fan von der Pate. Was? Sittler. Ja, also ich sag die Wahrheit. Ich feier den Film, aber ich finde, dass Scarface... Scarface ist Legende. Ja, Scarface ist brutal. Aber der Pate... Scarface ist einfach ein Motherfucker gewesen. Weißt du, ich meine... So, das ist so die Asi-Vision von dem Paten, finde ich, meine Meinung. Ja, das ist halt auch Dings. Ja, Pate, Pate 1, 2... Ey, das ist Pflichtprogramm. Pate ist so krass. Pate ist so krass. Ich hab, guck mal, ich hab manchmal so eine Abneigung, ich will's nicht mal Abneigung nennen, gegenüber alten Filmen. Ich denk so, oh, der ist zu alt, ich kann mir das nicht angucken irgendwie. Und im Flugzeug saß ich dann und ich hab mir so durchgesäbt, ich so, ah, ich kenn alle Filme, nur der Pate nicht. Ich so, okay, guck ich mir Pate 1 an. Ey, wie Marlon Brando den Paten spielt. Ich mein, guck mal, auch der zweite Robert De Niro Al Pacino, was für kranke Besetzung. Ja, ja, das können ist krass. Auch wenn man die so sieht, denkt man die sind wirklich nicht... Der Pate, was eine Story, wie hart, was für Sätze, was für Dialoge, das ist einfach orgasmisch. Zitate. Der Film hat einfach nur Zitate, finde ich. Wie fandest du Heat? Heat? Heat. Heat? Heat. Alle, warte mal, was war nochmal Heat? Alles, shit. Sag dann bitte Heat. Heat? Alle, ich weiß, du kannst einfach gehen. Das ist der Film, Robert De Niro gegen Al Pacino. Ach, der, der ist krass. Ich hab ihn jetzt vom Text, ich hab He-Man gefällt, hab ich gesagt. Alter. Ich hab übrigens meinen Hund nach He-Man seinen Löwen genannt, Sheila. Krass, stimmt, Sheila, so hieß er. Also doch lieber Comicfilme. Nee, war kurz. Heat, Alter, Heat ist Dings. Wie kannst du dich kennen? Heat kannte ich nicht, Alter. Was? Guck mal, Robert De Niro ist so, ich kenn ihn vielleicht, aber vom Namen her. Du kennst ihn 100.000 Prozent. Al Pacino ist der Polizist. Heat, äh, Robert De Niro ist der, der Kriminelle, so ne Bande. Ja. Und das ist das Ding, Robert De Niro gegen Al Pacino, bum, 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 bum. Das ist zu krass. Muss ich mir mal reinziehen. Was gibt's noch so für Filme, so Gangster-Filme, was du? Top 3, Heat, gehört auf jeden Fall dazu. Platz 1. Casino. Ja, krass. Casino. Goodfellas. Auch krass. Goodfellas, ganz brutal. Sehr krass. Und, äh, auch ein geiler Klassiker, geiler Film, ist Blow. Boah. Da ist auch die, Platz, Casino, Blow, schlimmsten Frauen in der Filmgeschichte, schlimmsten Rollen. Das sind Frauen, wenn du die an der Seite hast, kannst du dein Leben nur abkacken. Was ist mit dem, äh, was ist mit Pulp Fiction? Pulp Fiction. Ja, ich feiere den Film auch zu krass. Pulp Fiction hab ich mal Mädel gezeigt. Irgendwann mal. Welche Szene, die im Keller unten. Sad. Das ist hart. Ich hab gesagt, ey, guck dir diesen Film an und sag mir dann, wie fandest du den Film? So zwei, drei Tage später seh ich die, sagt, äh, sag ich auf der Arbeit, ey, äh, ich so, willst du nichts zum Film sagen? Du wolltest einen Filmtipp? Ich hab den Filmtipp gegeben, Pulp Fiction. Die sagt so, ja, die haben ja voll viel gesprochen. Ich guck dir, ich sag, was? Pulp Fiction ist so ein krasser Film. Ja, auf jeden Fall. Diese Dialoge, darum geht es ja. Ja, ja, wie bei Kill Bill, diese Filme. Ja, ist ja auch von Quentin Tarantino. Das macht ja diesen Witz aus. Das ist es, ja. Die ist ja voll abgespaced. Pulp Fiction ist brutal. Beste Szene? Von Pulp Fiction? Ja, doch, die Keller-Szene, ja. Die ist witzig. Ja. Aber ich feiere auch diese, diese Date-Szene, wo die was essen gehen, man ist im Burgerladen und danach ist sie auch so vergiftet und so alles. Ja, ja, ja. Wo er diese Schuldgefühle hat. Auf Heroin. Richtig, genau. Das ist auch eine geile Szene gewesen. Aber da gibt es schon geile Szenen. Ja, Mann, Filme sind einfach pure Inspiration. Was ist mit so Romanfilme, so Liebesfilme? Guckst du sowas? Ich gucke alles, alles was gut ist, aber ich habe ein Problem. Ja, erzähl. Ich habe so ein Problem, zu weinen. Ich kriege manchmal so ein Klochen und ich komme von links nach rechts. Warte, gab es schon mal einen emotionalen Film, so einen Liebesfilm, wo du mal fast Tränen bekommen hast? Digga, normal. Ja? Kann ich dir direkt nennen. Einmal, das werde ich nicht vergessen, ich war 16 Jahre alt, ich war bei mir zu Hause und The Green Mile lief. The Green Mile. Ey, ich gucke den Film, ist jetzt kein Liebesfilm, aber ich bin da, ich habe so ein Klochen im Hals und ich so, Max, weine nicht und dann gucke ich links nach rechts. Es ist ja gar keiner da. Ich bin alleine zu Hause und ich sage dann, scheiß drauf und ich habe richtig hart geheult. Hast geheult? Ich habe richtig geheult. Ich habe meine ganzen Emotionen rausgelassen. Es hat gut getan zu weinen. Bei mir gab es auch schon so einen Film. Ich glaube, welcher Film war das bei mir? Der Leuchten der Stille. Was? Wie heißt der Film? Stille der Leuchten. Wie heißt der Film? Ich kenne den nicht. Keine Ahnung. Doch, den kennt jeder, Digga. Leuchten der Stille. Digga, du kennst nicht den Film? Nein. Was? Echt? Ja, ich habe aber da fast geheult. Echt jetzt? Du guckst Shannon Tatum Filme? Ja. Diese Magic Mike? Nein, Digga. Das ist... Dieses Tripper Magic Mike Film. Ey, ich sage dir, Leuchten der Stille ist ein kranker Film. Echt? Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ich so weich bin, aber der Film war so wirklich... Du hast auf jeden Fall eine ganz zarte Seite. Wenn du auf so einem Film stehst... Ja, ja, ja. Hier kennst du, wenn du diesen Heulanfall bekommst. Ey. Härtester Film, den ich gesehen habe, wo ich richtig einen Kloß im Hals hatte. Liebesfilm ist PS, ich liebe dich. PS, ich liebe dich ist so hart. Kennst du den? Da der Typ stirbt. Ja. Und es ist so eine geile... Ach, guck ihn dir an. PS, ich liebe dich. Und ruf mich an, wenn du weinst. Echt? PS, ich liebe dich. Ja. Das sind so... Filme, die habe ich noch nie so verfolgt. Boah. Okay. Ein Horrorfilm, der mich jahrelang verfolgt hat. Ich habe wirklich jahrelang Probleme gehabt, ins Kelle zu gehen. War... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hat der... Ist der von Stephen King? Ich glaube schon. Sag den Film. Freddy Krüger. Okay, nee. Ist der von Stephen King? Nee, ich glaube nicht. Aber Freddy Krüger ist harte Scheiße. Hart. Aber guck mal, die letzten Teile, die waren für mich so uninteressant. Die ersten Teile. Boah. Eins, zwei, drei. Ich habe Freddy Krüger nicht geguckt, weil das ist mir zu krank. Das ist zu hart. Du schläfst ein und der zerlegt dich dann, Alter. Was ist das? Ja, ja, weil ich habe wirklich... Jahrelang habe ich mich auch selber angelogen. Ich habe gedacht, den gibt es wirklich, wo ich jung war. Ich glaube, der ist auch verrückt geworden. Der Hauptdarsteller ist verrückt geworden. Der hat seine Rolle gespielt, der ist an den Arsch gegangen. Der dachte so, Freddy Krüger gibt es wirklich. Ja, ja, ja. Bei mir war es ja auch so. Bis meine Mutter mit dem Schellig gemacht hat, die so, geh jetzt in den Keller, hol jetzt die Mehl hoch. Hast du gesagt, Freddy wartet auch. Ich habe gedacht, der ist wo die Gäste. Krüger. Ja, Freddy Krüger war krass. Bei mir war es Stephen Kings S. Auch ekelhaft. Ey. Dieser Remake kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. Dieser Remake von S, den die jetzt die letzten Jahre rausgebracht haben. Guck mal, das ist so ein Clown, Monster-Clown, der hat saubere Klamot. Ja, das ist zu modern, finde ich. Das ist zu modern, zu science-fiction-mäßig. Der andere war wie so ein Penner-Clown, dreckige Sachen und der so abgef***t in der Fresse. Ey. Kennst du Critters? Ah ja. Feier ich auch. Ey. Kennst du der Blob? Was war das genau? Der Blob. Das war so ein Schleim-Dings. Wenn es über dich gerollt hat, hat es sich gegessen. Ähnlich wie Critters. Boah, das war aber so ein richtig abgef***ter Horf. Wim war das? Ja. Ja, ja. Das waren diese... Critters, Alter. Critters war krass. Das habe ich gerne gefeiert, Alter. Was gab es noch, wo du sagen könntest, boah, der Film hat mich geprägt. Gut. Lass mal Dramen. Drama. Bestes Drama. Bestes Drama war... Zählt Titanic dazu? Ja. War ein krasses Drama. So geile... Dings, aber der war zu lange, der Film. Hat dir Leonardo DiCaprio gefallen? Du sagst keinem. Leo. Das ist zum Beispiel ein Dramafilm, wo ich gefeiert habe, aber jetzt nicht so, dass der Dings da aber Drama... Ja, Dramen sind auch für mich manchmal zu schwere Kost, aber kennst du Million Dollar Baby? Natürlich. Ey, okay, ich komme jetzt zu einer Geschichte. Million Dollar Baby, gell? Ich habe ja mit diesem Film eine Verbindung, weißt du ja, gell? Habe ich schon erzählt. Pass auf. Ich bin in New York. Ich bin in New York. Ich habe meine Phase gehabt, mein Leben. Da habe ich... Die ging aber ganz kurz, die Phase. Ich wollte unbedingt Profiboxer werden. Was? Ich wollte unbedingt Profiboxer werden. Wann war das? Das war... Da war ich 21, 20. Okay. Da habe ich einfach so kurz mit Rotlicht aufgehört, habe keinen Bock mehr gehabt auf die Tür. Nachtleben hat mich angekotzt, habe ich eine gewisse Summe Geld genommen, habe mir damals mein Easter beantragt und bin nach New York geflogen. Warum? Weil ich unbedingt in dem Gym von Mike Tyson trainieren wollte. Krass. Jetzt bin ich in New York, mit meiner Trainingstasche habe ich mitgenommen, alles drum und dran, laufe über die Brooklyn Bridge, oder wie die heißt, und bin in Brooklyn und sucht den Gym von Mike Tyson. Manche Leute wussten nicht, was ich da rede, weil ich kann ja nicht so gut Englisch. Bis mir einer... Was hast du gefragt? Who is Mike Dysons Gym? Who is Mike Tyson Gym? Ja, bis einer mir erzählt hat, dann war ich wirklich da, so Holztreppen, dann bin ich hochgegangen, in dem Gym in Brooklyn. Dann bin ich dort und da wurde gerade, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da war ein Italiener aus Italien, der gerade Profiboxer wurde für Dortmund New York und ein paar anderen, aber das waren wirklich alles nur so 1,90 Maschinen Boxer und ich bin reingekommen und wollte ein bisschen trainieren und ich wollte aber kein Sparring machen, weil ich kann ja jetzt nicht gegen diese, das ist ja ganz andere Level in Amerika, weißt du? Boxer, Boxer, weißt du was? Bin drin, bin in unkaltekabine und da war der ganze Zeit so ein kleiner Mann, der war mit grauen Haaren. Ich habe ihn aber nicht ernst genommen, weil ich ja nur fixiert war, wo ist Mike Tyson seine... Wo hat er gechillt? Wo hat er gesessen? Ich will das alles jetzt so... Ich will das anfassen, ich will trainieren. Wo hat er geboxt dagegen? Das wollte ich alles erleben, weißt du? Dass ich einfach nach Hause fliegen kann und diese Motivation kick bekomme, weißt du? Ey, weißt du, was das Krasseste war? Dieser Typ, der Arme, der gar nicht mit mir war, den ich als Putzmann gesehen habe, der hat so eine Mütze gehabt wie ich, so eine Bini-Mütze, der war bis zu einem kleinen Stämmig, hat graue Haare gehabt, das ist der Schauspieler von One Minute Baby. Der grauhaarige Trainer. Krass. Ey, der Typ ist einfach so bodenschönig. Warte, äh... Ich habe Bilder noch davon. Bist du sicher? Eine Milliarde Prozent. Ich habe noch Bilder davon. Der Typ macht die Tür zu von der Kabine und nachdem er die Tür zugemacht hat... Ich bin Eastwood. Nein, das war ja der Trainer, aber da gibt es noch einen Darsteller. Ah, okay, okay, okay. Der war der Kleine, der war so ein Co-Trainer und der Typ hat eine Rolle bekommen, weil er ja wirklich Mike Tyson trainiert hat nebenbei und so. Du musst mir belegen, bei euch im Gym gibt es ja auch sechs, sieben Trainer und einer ist immer so ein Co-Trainer. Der Typ, der redet mit mir vor lange, das war so ein Latino, der redet mit mir vor lange auf, ich glaube, ich weiß, ob es Mexikaner war oder so, der macht die Tür zu, ist jetzt auf der Bank in der Kabine, nachdem die Tür zugeht, war die komplette Tür überzogen mit Bilder, mit Artikel von Zeitungen, mit Fotos von den Filmszenen und überall ist er mit drin. Digga, weiß ich, wie ich den ernst genommen habe danach. Das war eine krasse, das war One Billion Baby, ihr Smile oder wie der Film heißt. Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. Hartes Drama, ja, by the way. Ja, das ist die Verbindung mit mir in dem Film. Beste Komödie. Komödie? Was ich krass gefeiert habe, war Ananas Express. Boah, brutal. Ey, Ananas Express ist so geil. Den habe ich gefeiert. Geil. Der war über lustig. Ananas Express ist hardcore geil. Ja, dann gibt es noch diesen, ey Mann, wo ist mein Auto? Okay. Der war auch über lustig. Ich rede jetzt von alten Comedy-Filmen. Hast du Superbad gesehen? Auch lustig. Superbad, also wer Ananas Express guckt guckt und geil drauf ist, muss auf jeden Fall Superbad gucken. Superbad ist auch fast. Dann gibt es noch einen anderen Film, aber jetzt habe ich jetzt nicht den Namen in dem Kopf. Der Typ ist so, der tut Briefe zustellen, wenn du die vom Gericht bekommst und so. Das ist ein Ami-Film. Auch ein krasser Community-Film. Warte, wie? Wie hieß der nochmal? Das ist doch Ananas Express. Nein, das war ein anderer Film. Ananas Express fängt ja an. Der Typ, der muss, alle hassen ihn, der hat immer sein, sein, sein Dings. Ja man, das war Ananas Express. Sorry. Das ist Ananas Express. Ja, ich habe den gerade verwechselt mit einem anderen Film, aber Ananas Express war über lustiger Film. Ja man, Lieblingsschauspieler? Für mich, auch wenn er mittlerweile nicht mehr so viel macht, Michael J. White. Warum? Weil, ich weiß nicht, weil er auf Anabolis ist. Nee, das ist einfach seine krassen Filme, wie zum Beispiel, wie hießen die Filme? An the Spirit. An the Spirit. Leute, undisputed. Der war ein krasser Film, dieser Knastfilm, wo er boxen müsste, damit er entlassen wird. So, also Michael J. White war für mich ein krasser Spieler. Mike, äh, Westlap Snides. Okay. Auch krasser Schauspieler. Der ist ein krasser Schauspieler. Der ist ein krasser Schauspieler. Und, ähm, wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Äh, wie heißt der? Der macht auch Komediefilme. Ah, Adam Sandler. Adam Sandler ist auch für mich ein krasser Schauspieler. Starker Schauspieler. Sehr, sehr lustiger Schauspieler und macht alles so authentisch, finde ich. Jaja, Adam Sandler hat auch richtig guten Ruf in Hollywood. Die sagen ja, der ist total bodenständig, der hat sich nie verändert durch den Hype, durch seinen Erfolg. Los Angeles läuft ja mit seinem Kaffeebecher rum und so. Manche Menschen sehen sie. Für dich? Für mich? Ja. Ja, die legenden Schauspieler. Aber so von diesen neuen Schauspielern, weißt du, wen ich richtig gut finde? Wem? Also ganz brutal. Matthew McConaughey, Christian Bale, Ryan Gosling. Okay. Diese drei Schauspieler sind echt krass. Ja, das stimmt wirklich. Richtig krass. Richtig krasse Schauspieler. Frauen. Frauen. Ja, Sydney. Wenn du eine Frau, ganz fiktiv, du bist Single, du denkst so, okay, egal aus welcher Zeit, du kannst jetzt eine Schauspielerin nehmen, weil du sie feierst, weil du einen Film feierst. Das hat jetzt nichts nur mit Optik zu tun, sondern du kannst jetzt sagen, ey, die will ich daten. Wer wäre das? Egal wer. Die von Sex in the City, die Latina. Wie heißt die? Eva Mendes. Eva Mendes. Okay. Hat die bei Sex in the City mitgespielt? Nein. Doch. Oder bei House, House Depp with Wives. Wie heißt der? Housewives, Dave Wives. Wie heißt der? Desperate Housewives. Desperate Housewives. Genau. Die. Da hat die doch auch nicht mitgespielt. Eva Mendes. Wo hat die mitgespielt? Eva Gloria. Wie heißt die? Eva Longoria. Dann die alte von Transformers. Wie heißt die? Transformers? Megan Fox. Megan Fox. Obwohl ich gerade ein bisschen mit Abturns auf der habe, weil die jetzt mit diesem, wie heißt der Sänger da zusammen, mit diesem Rocksänger? Dieser Hellblonde. Ja. Die da haben so komische Rituale untereinander. Das ist egal, egal was die privat macht. Megan Fox die alte. Ja, Megan Fox. Ja. Was mit Angelina Jolie. Angelina Jolie. Ja, willst du mich verarschen? Findest du nicht gut? Was? Angelina Jolie. Beste Zeit. Ja, 100 Prozent. Nur noch 60 Sekunden. 100 Prozent, aber... Date. Ich hab sogar keine Eier, die in meinem Kopf zu haben, um sie zu daten, weil die zu krass ist. Alter, das ist egal. Weißt du, wenn ich krass fand, als ich ein kleiner Junge war? Ich hatte kurz diese Schwärmereien. Ich war 12. Star Wars. Natalie Portman. Boah, die ist auch krass. Kennst du die? Ja, natürlich. Woher? Die Brünette. Ja. Die ist brutal. Natalie Portman. Aber die war auch schon krass auf geile Fülle vertreten, würde ich sagen. Die hat Leon der Profi gemacht, war die ein Kind. Genau. Die war auch, boah, bürg hübsch. Auch naturhübsch, gell? Ja, ja, so naturhübsch. Und ich weiß über die, die ist ultra smart. Das ist eine richtig schlaue Frau. Und dann, weil die immer so naturhübsch war, fand ich das gut. Die war nicht so künstlich. So Megan Fox ist einfach... Das sind nicht so krass OPs und so, muss ich sagen. Nee, nee, nee. Aber guck mal, die zählen gerade wirklich Frauen auf, die wirklich null mit so OPs zu tun hatten. Das ist krass, gell? Megan Fox hat keine einzige. Nee? Doch. Die hat doch richtig viele jetzt. Ah, jetzt, ja. Ja, ja. Sieht aus wie so ein Dings da. Wie ein Kugelschreiber. Voll glatt. Wenn du einen Film drehen könntest, was würdest du drehen? Welches Genre und Thematik? Ein Mix von Action, Comedy und leicht Drama. So ein bisschen emotional. Etwas. Nur so eine kleine Prise. Aber hauptsächlich geht's so ein bisschen leicht Action. Aber an der ersten Stelle ist Comedy. Ganz geil. Also so Gangster-Comedy-mäßig. So ein Mix. Weißt du, dass du ein bisschen alles so ironisch aufnehmen tust. Nicht dieses ernste Gangster-Film mit hin und her. Kann man natürlich machen, aber ich würd so ein Cocktail machen. Weißt du, so ein von jedem etwas, aber am Ende entwickelt sich nur so ein Comedy-Film. Das ist so, was ich gerne machen würde. Das würde auch zu dir passen. Ja, 100 Prozent. Vielleicht drehen wir doch einfach unseren eigenen Film irgendwann. Ja. Sit and sit like. Die wissen ja nicht, was gerade auf uns zukommt. Leute, wir haben Hollywood-Anfragen. Spaß. Boah, wie geil wäre der Satz jetzt gewesen. Wenn der ernst wäre. Wenn ihr wirklich gutes Skript haben wollt, gute Darsteller, gute Regie, dann kommt einfach nur zu uns zwei. Wir machen alles. Genau. Unten bei der Beschreibung könnt ihr gerne E-Mails schicken. Auch was Pornseiten betrifft. Für Max. Nein, Spaß. Würdest du einen drehen? Was denn? Jetzt. Was? So, du wärst jetzt, du hast keine Verpflichtung, keine Verpflichtung. Würdest du, wenn jetzt jemand kommt, ein Regisseur, der sagt, ey Mo, weißt du was, ich feier dich hardcore, aber ich drehe auch hardcore Filme, würdest du das machen? Hardcore Action-Filme oder was? Nein. Ja, er sagt jetzt, ey, hör mal zu, weißt du was, hier ist ein Tisch und auf diesen Tisch lege ich jetzt eine, ne, lege ich 500k. 500k? Weißt du, wie der Film enden wird? Weißt du, wie das enden wird? Ich brauche erstmal eine Antwort. Ja, sag doch. Ich sag's dem Komi, wir machen das, aber ich mach kurz den Test. Danach wird er dann merken, das geht nach hinten los, weil die Olle sagt, ey, das brennt überall, ich kann nicht mehr und er wird sagen, ey, Schnitt und ich sag halt, die Schnauze jetzt. Ne, also bei so Filmen bin ich wirklich Wolf, oh Allah, ich weiß nicht. Du schon, gell? Nein, Mann. Eine Million? Aha? Eine Million? Zwei? Okay, warte mal. Haha! Der kommt, jetzt, jetzt, jetzt zerlegst du mich. 50 Millionen, aber unversteuert, gell? Direkt, egal was. 50 Millionen, 50 Millionen, wirst du mich verarschen. Ich würde komplett Brazerside auseinandernehmen. Also in diesem Sinne, Leute, ähm, es gibt in der Welt der Filme viel zu entdecken. Viele Helden, viele tolle Geschichten. Lasst euch mal auf die Sachen ein. Wie gesagt, uns ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele junge Menschen da draußen sich gar nicht mehr mit der tollen Materie des, äh, der Filmewelt beschäftigen und, äh, das war ein kleiner Einblick aus unserer Jugend. Richtig. Die Filme auf uns und gerade so Filmhelden auf uns eingewirkt haben und in diesem Sinne würde ich sagen, Sid, gehen wir ins Kino. Die 100 Prozent. Wir gehen jetzt ins Kino und euch wünschen wir, ähm, einen schönen Tag. Denkt immer dran, wenn ihr coole Ideen habt für den Podcast, für Gäste, einfach in die Kommentare donnern und schreibt natürlich auch in die Kommentare euren Lieblingsfilm, den Film, den ihr am meisten gefeiert habt oder der euch am meisten geprägt hat. Abonniert den Channel, liked, äh, die Videos und folgt Moduzzi auf Instagram. Ja, vergisst nicht. Leute. Haha!